Ich bin sowas von super gestresst. Die ganze Zeit. Bist du gestresst? Die meisten Menschen haben Stress im Leben. Es ist irgendwie fast cool geworden, um ihnen zu antworten, ja, ich bin gestresst. Also es ist ja uncool zu sagen, nee, ist alles locker, alles easy, alles gut drauf. Nee, ich habe Stress, permanent Stress. Die meisten Menschen sind irgendwie gestresst. Aber Stress ist ja nicht etwas, das mit dir einfach geschieht. Stress ist deine Reaktion auf die Einflüsse da. Und ein Punkt ist die falschen Prioritäten. Das ist das, was Menschen stresst, wenn sie nicht alles in ihr Leben reinkriegen. Stell dir vor, das ist dein Lebensglas. Und das sind die unwichtigen Sachen im Leben, die packst du da mal rein. Viele Menschen starten mit diesen unwichtigen Sachen und packen die unwichtigen Sachen im Leben in ihr Lebensglas. Dann haben sie das mal so drin, ja, alles Unwichtige. Auch das hier muss noch rein. Das ist so Facebook und, also ich will dir nicht zu nahe treten, aber Facebook doch. Eigentlich nicht wahnsinnig zentral im Leben. Oder so YouTube-Videos gucken, ja, das sind diese unwichtigen Sachen. Dann kommen Sachen, die sind so mäßig wichtig. Das ist vielleicht eine Zeit mit den Menschen verbringen, die man eigentlich gar nicht so mag. Ja, das ist mäßig wichtig. Oder Job. Es ist wichtig, ist klar, aber es ist irgendwie auch mäßig wichtig. Und dann packt man die obendrauf ins Lebensglas. Auch dein Auto, was du ganz hast, oder dein Fahrrad ist so mäßig wichtig. Und dann kommen die anderen Sachen, die Sachen, die eigentlich wichtig wären, nämlich Familie, Freunde. Und plötzlich merkt man, mein Gott, ich kriege das gar nicht alles rein. Familie, Freunde habe ich gerade noch geschafft, aber zum Beispiel Gesundheit oder Glaube sind so wichtige Sachen, kriege ich gar nicht ins Lebensglas. Es ist schon voll. Was tun? Die Prioritäten an das Setzen. Lass uns mal kurz zurückspulen. Gib den richtigen Dingen in deinem Leben die richtige Priorität. Nimm Familie, Freunde, wichtigen Sachen und füll sie in dein Leben. Passt ganz gut rein. Du merkst, es sieht zwar voll aus, aber da hat noch was anderes Platz. Nämlich die Sachen, die eigentlich gar nicht so extrem wichtig sind. Aber wir kriegen sie rein. Und dann merkst du, es sieht voll aus, aber da geht noch was. Nämlich die unwichtigen Sachen. Und da hat man eigentlich keinen Platz für. Aber da geht noch ganz viel Unwichtiges rein, was ja auch schön ist, weil unwichtig ist ja nicht immer nur doof. Und plötzlich merkst du, da passt ja ganz viel rein in mein Leben. Ich bin nicht gestresst, weil ich den Dingen die richtige Priorität gegeben habe. Denkst du, jetzt ist irgendwie voll, oder? Sieht voll aus, aber... Da passt noch ganz viel rein. Mh. Extrem viel passt da rein. Du fragst dich jetzt vielleicht auf, für was steht jetzt diese Schokoladenmilch? Ja, das ist einfach Schokoladenmilch. Denn egal, wie voll dein Leben auch sein mag, Schokoladenmilch passt immer noch rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017